Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA Podcast. Conor McGregor vs Dustin Poiré ist vorbei. UFC 264 ist vorbei und dementsprechend gibt es jetzt das Review zu diesem UFC Event. Lasst vorab aber doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja Leute, die Stimmung ist ein wenig bedrückend, die Stimmung ist ein wenig unten, denn Conor vs. Poiré 3 hat nicht das geliefert, was es versprochen hat. Es wurde nicht der Fight, den man erwartet hat. In der ersten Runde schon, in der zweiten Runde nicht, denn es gab keine zweite Runde. Und deshalb sprechen wir direkt einmal über das Main Event. Was soll man sagen? Es ist im Endeffekt eine sehr ärgerliche Situation, wenn McGregor umknickst und sich sein Bein verletzt. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, hey, dann soll Conor doch gar nicht diese Niederlage bekommen. Er kann ja nichts dafür. Also sehr viele haben auch geschrieben, dass Poiré ja quasi gar nicht gewonnen hat. Sonnen McGregor verloren hat, aber Poiré hat ja nichts zu diesem Sieg beigetragen. Naja, ganz so sehe ich das nicht. Ich fand es spannend, dass als Conor McGregor auf dem Boden lag, haben wir direkt danach gesehen, dass er etwas brüllt. Und ich bin davon ausgegangen, er brüllt etwas in Richtung das Emporé. Aber so war er dem gar nicht. Er hat Richtung Commission gebrüllt. Und zwar hat er zur Commission gebrüllt, kurz nach dem Fight, dass es ein Dr. Stoppage war und kein TKO. Also Conor McGregor hat hier sehr viel Wert drauf gelegt, dass es nicht heißt, dass er durch ein TKO verloren hat, sondern durch ein Dr. Stoppage. Und das ist auch ziemlich spannend. Auf jeden Fall sah die erste Runde nicht schlecht aus. Conor McGregor ist sehr schnell, sehr flink gestartet, hat oft seine Stands gewechselt, hat Kicks benutzt, also Low-Kicks oder auch Body-Shots, Spinning-Kicks, Head-Kicks, alles. McGregor hat ein gutes Arsenal gezeigt und Poiré hat immer wieder versucht, diese Low-Kicks, diese Leg-Kicks abzufangen und dann auf den Boden zu gehen. Am Boden gab es starkes Ground and Pound von Dustin Poiré und ich bin ehrlich, ich hatte noch gedacht, okay, als dieser Fight wieder im Stand war und Conor McGregor unmittelbar wieder zu Boden gefallen ist, habe ich gedacht, okay, McGregor wird die nächsten Runden nicht überleben. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Knockdown war oder sowas in der Art zumindest und nicht, dass McGregor sich seinen Fuß umgeknackst hat und dementsprechend seinen Fuß dann gebrochen hat. Ich habe aber am Ende der ersten Runde das Gefühl gehabt, dass Conor McGregor nicht mehr die beste Ausdauer hat. Also, ich hatte das Gefühl, dass Conor erstens nicht das beste Kinn hat. Ich will nicht sagen, dass er rocked war, aber McGregor war auf jeden Fall, wurde gut getroffen von Poiré, deshalb ging McGregor auch in den Clinch nach einem kurzen Schlagabtausch mit Poiré. Und danach, denke ich, hätte er nicht mehr so viel Ausdauer gehabt, um fünf Runden zu gehen. Conor sah ansonsten gut aus, seine Form super gut. Es war ein bisschen unnötig, dieses Post-Fight-Trash-Talk von beiden Seiten, also auch Poiré. Ich kann Poiré durchaus verstehen. Er freut sich natürlich nach diesem ganzen Trash-Talk, dass er gewinnt, aber er ist damit dann auch nicht besser. Viele Leute kritisieren Conor McGregor und loben Poiré, aber ganz ehrlich, nach diesem Trash-Talk von Poiré auch nach dem Fight, macht ihn ja nicht unbedingt besser. Die Frau zeigt noch McGregor den Mittelfinger und dann sind beide halt auf dem gleichen Niveau am Ende des Tages. Ich denke, Conor McGregor wird nicht zurücktreten. Das lässt sein Ego nicht zu. Conor wird nicht mit einer Niederlage zurücktreten. Es kommt natürlich darauf an, wie sein Fuß verheilt, was jetzt los ist. Conor McGregor wird morgen operiert. Und dann sehen wir weiter. Das in Poiré wird jetzt gegen Charles Oliveira kämpfen. Poiré bekommt erneut eine Chance auf den Titel. Das war von vornherein klar. Also der Sieger bekommt einen Titelfight. Genau das wird jetzt auch passieren. Charles Oliveira will im Dezember kämpfen. Poiré ist sich da noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, Poiré kann sich auch vorstellen, im Dezember zu kämpfen. Und dann sehen wir im Dezember-Paperview Poiré vs. Oliveira. Im Co-Main hatten wir Stephen Thompson gegen Gilbert Burns. Ein solider Fight, kein langweiliger Kampf, aber auch nicht das Highlight des Jahres. Die erste Runde war relativ lahm, aber in der zweiten und dann auch in der dritten Runde ging es weiter vorwärts. Schade, dass Stephen Thompson verloren hat. Ich hätte es ihm gegönnt. Burns aber mit mehr Action. Burns auch mit Takedowns. Burns mit der Oktagon-Kontrolle und teilweise auch mit harten Schlägen. Viele vergessen ja, dass man auch die Effizienz der Schläge wertet. Und ich denke, Burns hatte die härteren Treffer. Dann hatten wir noch ganz gute Kämpfe auf der Main Card. Tai Tui Vaza hat Greg Hardy sehr schnell ausgenockt. Irene Aldana hat Kunitzkaya ausgenockt. Und Sean O'Malley hat Chris Moutinho auch gefinished. Sean O'Malley mit einer super guten Performance. Wirklich beeindruckend. Und da war es das mit dieser Episode. Wie empfandet ihr Mac Greggers Beinbruch, Fußbruch, wer auch immer. Schreiben wir eure Meinung unten rein. Folgt Will Love MMA auf Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.